Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk Video, was angeregt wurde durch einen Kommentar, den ich bekommen habe. Den werde ich jetzt auch gleich in Ausschnitten vorlesen. Diesen Kommentar ist aber auch schon mal eine vorangegangene Nachricht, war auch schon mal eine vorangegangene Nachricht, wo es so darum ging, irgendwie so dieses, du scheinst so weit weg, du scheinst so perfekt, bei dir läuft alles so rund, mir fehlt so dieses, dass auch mal was schief läuft. Und deswegen wollte ich dieses Real Talk Video nutzen, um zu erzählen, dass ich nicht perfekt bin. Warum ich aber einige Dinge erzähle und andere wiederum nicht, aber ich möchte jetzt erst nochmal den Kommentar gerne vorlesen. In letzter Zeit wirkst du aber immer etwas weniger authentisch. Du kommst immer mehr als perfekt rüber, hast alles im Griff und für alles eine Lösung. Wenn mal eine Situation nicht so klappt, hast du gerade eine Methode parat oder gehst kurz meditieren und alles ist wieder gut. So läuft das doch aber nicht im realen Leben. Niemand ist perfekt und man muss auch nicht immer alles im Griff haben. Im Video sagst du, dass Eltern immer stark, immer optimistisch sein müssen. Ich finde nicht. Selbstbewusstsein heißt doch auch, authentisch zu sein, sich seiner Schwächen bewusst zu sein und auch Fehler zu akzeptieren. Das Ding ist immer, wer alles schaut, was ich mache, wer sich hier alles auf YouTube ansieht, wer mir bei WhatsApp, wer mir bei Instagram folgt, der weiß, dass dieser Kommentar falsch ist. Das ist halt das Problem. Ich verstehe ja, dass ihr euch nicht alles reinziehen könnt, was ihr macht, aber dadurch könnt ihr halt kein allumfassendes Bild von dem bekommen, was ich teile und was bei mir halt so abgeht. Und deswegen finde ich solche Kommentare immer schwierig. Wenn ihr jemand seid, der sich wirklich alles angucken würde, dann könnte ich damit wirklich gut leben. Aber wenn ihr euch halt nicht alles anschaut, könnt ihr euch halt das schlechte Urteil erlauben. Weil ich bin ein Mensch, der sehr dafür steht, offen und frei mit seinen Gefühlen und Schwächen umzugehen und das auch nach außen zu kommunizieren. Vor allen Dingen mit seinen Kindern zu kommunizieren. Und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der nicht vermittelt, dass ich für alles eine Lösung habe und dass ich nur mal kurz meditieren gehe und mein Leben deswegen perfekt ist. Aber deswegen wollte ich gerne dieses Video nochmal nutzen. Ich nehme das auch nicht böse. Das regt ja dieses Video an, um euch zu zeigen, dass ich halt nicht perfekt bin. Ich möchte einfach in dem Video so ein bisschen erzählen, was so meine Baustellen sind, aber auch warum... Warte jetzt einfach ab. Ich kann das gerade schlecht zusammenfassen. Also, Punkt Nummer 1. Was sind denn meine aktuellen Baustellen? Also, das Offensichtlichste und das wisst ihr auch, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Deswegen bin ich übergewichtig. Ich bin Single, ich bin alleinerziehend und ich bin geschieden oder fast geschieden und ich bin noch nicht mal 30 Jahre alt. Ich würde das nicht als perfekt bezeichnen. Auf der anderen Seite jammer ich aber nicht. Ich bin ein totaler Gegner vom Jammern, wenn mich das nicht weiterbringt. Also, bringt es mir nichts, mich hier hinzusetzen und euch zu erzählen, wie schlimm es ist, Single zu sein. Ich empfinde es auch nicht als schlimm. Ich empfinde es auch nicht als schlimm, alleinerziehend zu sein. Und ich empfinde es auch nicht als schlimm, bald geschieden zu sein. Ich bin sehr froh über diese ganzen Faktoren. Also, A, ja, es läuft nicht alles rund, aber ich finde es auch nicht schlimm und ich bin kein Freund vom Jammern. Also, würde ich mich nie hier hinsetzen und darüber jammern, weil das mache ich mit meinen Freundinnen auch nicht. Also, ich sitze auch nicht mit denen da hinten auf der Couch und jammer die voll. Mache ich halt auch nicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Deswegen werdet ihr das so auf YouTube nicht erfahren, weil ich da nicht davor sitze. Ich weiß, wir sind jetzt in einer Zeit, wo auf YouTube jeder ganz, ganz offen über seine Depressionen redet, über seine verlorenen Kinder redet und über seine Abtreibungen redet. Ich weiß, dass das so ist. Ich werde es halt aber einfach nicht tun. So. Genau. Und ich werde auch keine Probleme machen, nur um authentischer für euch zu sein. Also, mein Leben läuft rund. Warum sollte ich mir irgendwelche Probleme ausdenken? Also, ja, ich bin Single, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ja, ich bin alleinerziehend, aber ich finde es eigentlich richtig, richtig gut. Ja, ich bin übergewichtig, ich finde mich trotzdem geil. Also, wieso sollte ich mir Probleme ausdenken, die ich tatsächlich einfach nicht habe, nur um authentischer zu sein? Also, es ist tatsächlich so, dass ich hier sitze und Yoga mache und dass ich meditiere und dass mir das sehr hilft und ich das deswegen an euch empfehle. Und das Meditation, es hat wirklich mein Leben verändert. Es hat mich wirklich gelassener und ruhiger werden lassen. Deswegen haben wir hier so selten Streit. Deswegen haben meine Kinder echt super selten irgendwelche Trotz- oder Wutanfälle. Also, im Vergleich zu anderen, was ich so mitbekomme, sind das halt wirklich Engel. Auch in den Momenten finde ich sie halt nicht so geil, aber es sind halt tatsächlich Engel. Wir geraten da echt selten aneinander. Und es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel, ich habe mich für die Schlafbegleitung entschieden. Ich finde das nicht jeden Tag toll, aber ich habe mich dafür entschieden, für die Schlafbegleitung. Und dann ist das auch okay für mich. Und dann muss ich da auch kein Riesenproblem draus machen. Ja, ich hocke da halt manchmal zwei Stunden im Kinderzimmer, aber ich habe mich dafür entschieden. Und ich empfinde es nicht als Problem. Und dann, also ich weiß auch gar nicht, was ich euch darüber hinaus erzählen soll. Dann gibt es natürlich auch noch den Punkt, dass ich über einige Dinge gar nicht sprechen darf. Geschweige denn auch nicht sprechen möchte. Weil ich sitze oft hier oder auch vor Instagram und überlege, kannst du das jetzt so sagen? Oder kann man dir da wieder auf irgendeine verdrehte Art und Weise einen Strick draus drehen? Und deswegen kann ich gar nicht so offen alles teilen, was ich vielleicht manchmal gerne teilen möchte. Und wie gesagt, einige Dinge darf ich auch einfach gar nicht mehr mit euch teilen. Und deswegen finde ich solche Kommentare immer schwierig. Also ich nehme es nicht schlimm, aber ich finde es immer schwierig, weil ihr nun mal immer nur einen Ausschnitt seht. Ihr seht immer nur das, was ich mit euch teilen kann, was ich mit euch teilen möchte. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich halt einfach auch kein Typ, der sich irgendwie Probleme schafft, die nicht da sind. Oder Probleme größer macht, als sie sind. Und jammern tue ich schon mal gleich gar nicht. Und deswegen wird es auch nie hier vorkommen oder passieren. Ich meine, ihr habt mich in einem letzten Video weinen sehen. Also hallo. Aber wie gesagt, ich kann mir auch keine Probleme ausdenken, wenn es keine gibt. Und alles, was ich euch sage, das sind Dinge, die ich für mich ausprobiert habe, die für mich funktioniert haben, die mich dahin gebracht haben, dass ich nur noch so wenige Probleme habe. Und es ist nicht so, dass ich für alles eine Lösung habe. Ich habe für vieles eine Lösung, aber dafür bin ich ja auch da. Das ist ja auch Sinn dieses Kanals, dass ich euch für Mama Alltagsprobleme Lösungen liefere. So soll es doch sein. Also dieser Kanal wird nie so sein, dass ich mich hier vorne hinsetze und über irgendein Thema jammer. Sondern ich werde über ein Thema erzählen und Lösungen mitbringen. Und ja, mich interessiert jetzt sehr eure Meinung. Also vielleicht habe ich auch einfach ein völlig falsches Bild von mir selbst oder davon, wie dieser Kanal rüberkommt. Aber ich glaube, also nein, ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich authentisch bin. Ich bin so in den Videos, wie ich bin. Und ich rede auch so, wie ich mit meinen Freundinnen rede. Vielleicht nicht ganz so privat natürlich. Aber ich sitze, wie gesagt, auch nicht mit meinen Freundinnen. Und heule da jetzt rum. Und jammer rum. Und mache Probleme größer, als sie eigentlich sind. Mache ich nicht. Tue ich nicht. Warum auch? Wir leben ja nur einmal. Wir sind ja nur einmal hier. Warum sollte ich mir Probleme schaffen, die ich nicht habe? Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Tatsächlich werde ich auch fleißig mitantworten und kommunizieren. Wollte ich nicht sagen. Kommentieren. Egal, ich habe den Faden verloren. Und ja, bin gespannt, was ihr so zu dem Thema sagt. Ob ihr diesen Kommentar so unterschreiben würdet. Oder wie ihr das seht. Und nein, ich werde auch keine Vlogs drehen, wie andere das machen. Den Vlog vorher skripten. Damit das mal ein Desaster-Vlog wird. Damit ihr irgendwie euch wieder näher mir fühlt. Also auf Instagram poste ich manchmal oder erzähle manchmal, wenn die Kinder halt mal einen Scheißtag hatten. Und der nächste Tag ist aber halt wieder rosa-rot. Also ja, ich habe ein gutes Leben. Warum sollte ich sagen, dass es nicht so wäre? Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es ist auch so rübergekommen, was ich mitteilen wollte. Und bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020